chợ ja Peler dass du Wart haben doch was auf den Steil vergessen und zwar kann man sich ja auch noch drehen und ich sechs Jahrhundert vor allem weiter実ten und die CID schickt laut auf einer Bezeit ich hab's verwechselt so ich hab sofort geschafft er dritt ist diese kleine spazortart er hat soll wechselt ich bin an der falschen Stelle eingestiegen Ja. Ich drehe. Also. Also jetzt. Das Gebäude, wo er sich dreht. Ihr seht es. Ihr seht es. Es geht mit eigentlich jedem. Ihr müsst da dran an das Dingens. Jetzt schieß bitte nicht. Ihr müsst da dran. So dass ihr so hängt. Dann es. Nein, ich bin runtergefallen. Dran, dass ihr hängt. Escape. Und wieder einstieg. Aber ich glaube, an dieser Stelle geht nur einer. Ja. Aber du hast natürlich schon mit Millionen Wookies geschafft. Komm, Baxa. Ja. So toll. So. Und gleich wollte ich auf Mos Eisley auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall noch mal meine Wand verbessern. Hier einsteigen. Du konntest den Kastik verbessern. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal meine Wand machen. Das war ja wirklich miserabel. Ja. Also es ging ja wirklich in die Nähe. Also bei mir. Ich weiß nicht. Ich war gerade voll spielunfähig. Oh, die Stadt ist cool. Schön. Ähm. Domi. Das war jetzt genau das Gegenteil von dem, was du machen sollst. Ach so. So, es geht nicht um Geld. Es geht um Money. Und dieses Schimpfwörter. Und dieses Schimpfwörter. Schimpfwörter. Ich bin auf dieses Spruch umgestiegen. So. Ich weiß nicht. Schimpfwörter kommen bei mir einfach so. Ja. So nennt man sich Schimpfwörter. Ich weiß es nicht. Ne, die kommen bei mir einfach so. Oh, ich bin ja schon durch die Wand. Oh ja. Beim Lava halt so. Und jetzt als Daufeler. Nein. Nein, jetzt bin ich so weit durch die Wand. Und jetzt. Jetzt dance. Jetzt dance. Ich dance. It's an. Yeah. Back dance. Jetzt einfach wieder hier durch. Ja. Back dance. Ich folge dir aber einfach. Back dance. So keiner muss es sein soll. Aber er macht. So, dann ist man hier in der Wand schön am Container. Und wie weit konnten wir auch ja? wir konnten noch zur Auflage zu tun hat sich seit konnten wir die da vorne war er wird die und er wird er wird es dann müsste es doch auch mit dem Paragraph Geld oder der ist auch vor Ort ich hasse er lässt sich das wird die Welt auch einfach mal so spontan heute Battlefront weitergemacht, das ist so cool. Eine Sache muss noch kommen, dann sind wir durch, oder? Das ist ja das letzte hier. Der Imperator macht mega Backtance. Der alte Opa hat's drauf. Hier sind noch die Dinger. Wie weit konnten wir noch mal raus? Achso, jetzt bin ich leider draußen. Ah, wie weit ging das noch mal? Kann Joko auch so weit springen? Glaub ich. Wo bist du überhaupt? Ich, 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 ich zeig das jetzt mit jedem Charakter. Doku Dance schon mal. Und er ist wieder tot. Jetzt müsste ich ihn gleich wieder sehen, wir da rum. Oh, er Dance so weit. Scheiß Luke. Scheiß Krabbe. Ja. Ja. Das ist nicht Krabbe. Ich mag Krabbe. Der hat gesagt, es ist nicht so weit. Ich weiß, dass jemand drauf auf Twitter, der sich auch so gekauft hat. Frau hat er genannt hat, hat mich angeschrieben. Mit Krabbe. Woh. 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 wir müssen sagen scheiß nicht schafft ein wort Turbo jetzt das ist es eher die Firma die vorwachen wir bauen in jedes in jedes Spiel 10.000 Spielverein und manche können und das werden einige Projekte aber muss also es ist es aber auch was ich hab das ist schon immer erst sagt schon 300 noch was aufrufen und jetzt sind es am besten nach einer Woche oder so 370 das ist die Fakka jetzt machen die Parts wieder Rie und jetzt wobei ich tüte sich zwar nur erst ja ungern Peter was ist auch so schnell und seit manche wieder aufs Hofruf so gut so gut es wird aber mit Probe auch hier geht davor springen Leiter da okay jetzt habe ich sie wird von der Topp so mit mir jetzt geht die Uhr ich möchte das mal mit Joda machen durch die Wand da oben zu hängen bleiben Achtung bis die ganze Zeit an dem Kommandos da hinten ich möchte das bitte was Jaja Kölner war Joda bleibt hängen und wie tanzt der wie niedlich Kleider Joda fliegt da rum ich suche das Haus erstmal wieder erst mal zu dem Kommt da hinten das ist jetzt jetzt geht es nicht richtig los der alte Opa ist drauf wo denn? wo denn? wo ist dieses Haus schon wieder? ich finde es nicht der wird es nicht schlecht irgendwann der ist schon ganz grün ich will Joda sehen wo ist denn das Haus? ich finde es gerade überhaupt nicht ja ich weiß das habe ich euch schon gezeigt aber trotzdem es macht Fun wo ist das Haus? hallo du da du da am Telefon wo ist das Haus? an Skype an äh ich führe dich hin es ist an dem Posten der von Schurken ganz oben rechts äh ja ich suche es aber ich will nichts finden ich Lenkraketen machen ich will jetzt Lenkraketen machen ich euch Zeichen Katerrand Kartenrand und runter was macht das? ein schwarzes Loch nee zeig mir mal jetzt wo Joda da updance ich glaube das schon wieder weg ja zeig mir dann das Haus und dann mach es nochmal mit Joda ah da ist Joda da ich habe ihn gefunden er legt wirklich übers Richtiges los äh das sind die ich nehme ich mal als Großaufnahme auf Döhm Döhm Ha 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 versuch mich mal irgendwie auf den Kopf zu stellen dann hab ich ihn richtig rum wie geht es noch mal mit auf den Kopf stellen auf den Kopf stellen? ja runter und dann schnell die Maus bewegen ohne keine Ahnung das das ist voll der Tschechere weil das Wort weil ich habe es nichts gegen schwarze Trotz der Mästig Marke nicht und was macht wie war und wie war der Oberkastmann auch war man so geht es nicht doch mit Borke es gibt es euch vorher gezeigt es ist einfach zu viel Betrieb äh Kanzler bis die Welt kommen die du die Erfurt vor und nach vorne läuft es dagegen die Weg also Jura das zu klein es sind die Krieg das wird tot sein die Havre hat es geschafft Robo Auro der Lekt los der Karte er gibt es sich übelst er sich begehrt der Fall wie viel Kiel das hast du um ich muss nachschauen ich gehe jetzt erst mal um ich gehe zu dem kommand posten hier ganz hinten und steht mit weiter ein bisschen und bald durch was ich habe was ich habe ich habe heute wurde es immer noch ab dem Wort wohl echt nicht langweilig obwohl schon ganz grün ist er könnte kotzen ich hatte kurz zu kommen und Kier im Mundi macht mal wieder eine Extra-Wars, was macht Alaskura das interessiert mich jetzt noch du warst ein schlechter Schüler ich habe morgen ein bisschen gewirkt hallo wo ist Baumann und ich wechsle mal zu zu wechsel ich mal zu welcher ich komme auch gleich wieder die bösen guten guten bösen wo wir jetzt gerade dabei sind und irgendwie keinen bock haben die Aufnahmen zu stoppen konnten wir noch mal die Wand heute klappt irgendwie alles so gut da dachte ich immer die mache ich einfach noch mal die muss ich noch mal machen was passiert jetzt ich sehe es nicht richtig ey Grievous das sieht ganz toll aus das sieht ganz toll aus ja ich ey Grievous kann ich zu hoch springen oder oh klasse ich weiß nicht oh klasse ne Grievous ist Grievous ist im springen ne Lusche ey aber das könnte vielleicht vielleicht so klappen ich muss da drauf landen die dritte ha jetzt habe ich einen alten Mann Schatz drauf ich leide da drauf ich leide da drauf ja ich leide da drauf sprich da auf ey unser Citival Energie musste wieder voll sein sind wir gleich fertig ne ja okay so als nächstes was als nächstes wollten wir noch machen ähm was wollten wir noch machen wie heißt es ein Let's 64 oder 20 Spieler wieviel wollten wir 20 nach ja 20 bis 24 ja so und da könnt ihr dann auch wieder bei oh so geht das beitreten das werden wir machen wenn wenn wir hier fertig sind mit Let's Book ja wenn der Part hochgeladen ist dann wollen wir einfach mal gucken wie es ist mit so vielen Spielern zu spielen wir können ja mal alle zusammen boogen oder alles zusammen richtig spielen das ist das Finale mit immer ein Chaos Domi komm auch noch hier hin warte ich komme das Finale mit Grievous ich komme gleich ich bin gleich da oh da ist dein Schild ach hier ist das warte scheiß Yoda oh hier unten sind ganz viele das Finale mit Grievous mit Domi ja ich hol mir kurz Boba oder äh äh Annekin der sieht cool aus das Finale mit Grievous sobald Dominik hier kommt ja es kann in neun Sekunden stattfinden werde ich nämlich eingesperrt das Wort Stil-Rommelwirbel bitte äh hast du ne Trommel? ich bin vor dem Haus gelandet ok ich bin da ok bist du da siehst du mich? ja ich seh dich ok und escape wieder entstieg ja nein vielleicht ja natürlich ja ja und schritt so war er hat sich er geht richtig er braucht sicher das muss ich jetzt auch sehen das muss ich sehen wo ist er denn 8 als ob er sich übergeben aus der Köln so Leute ihr müsst da hoch dann müsst ihr da hoch dann müsst ihr da hoch dann können wir das gleich nochmal machen ja tschüss wieder einstieg ja und Anakin boah du hast mich rausgekickt er hat sich schon gedreht einmal du Schwein die Köln die Köln ist auf der Köln das ist die Welt gibt sich immer vor die Köln ist gut für alle oder vielleicht war man kann sich auf jeder Stelle auch auf Dago was selbst ausschalten als ich mich das war auch noch mal mit dem machen mit der Schauer ich habe ein solches es ist nicht so ist nicht ganz genug dafür trotzdem ein einfach so ist es wert auch hoch ein solches Sprung ist nicht manz genug dafür Hans oder ist der Mämmel schaust er Doku taumelt dann nur so rum war bald kann so was schafft es nicht ja und was mache ich dann noch zum Abschluss ich finde das ist eigentlich ein guter Abschluss nein 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 kommt hier hin kommt zum kommt zum Kommandoposten ganz unten links im Eck den Gedächtigte der von den Helden ach er zum Held wechseln da das ist egal mit wem bist du wo mit Haaren ich möchte uns in die Luft sprengen er möchte uns noch in die Luft sprengen von uns in der Wand machen ich brauche noch paar Sekunden also das ist wirklich mal wieder ein sehr gut gelungener muss als der Part würde ich sagen muss ja ich finde alle Parts heute sind ziemlich gut geworden also ja wirklich klasse ja leider dass der Modepau Part ihr werdet sehen er ist gut gelungen aber was hat er bei mir nicht aufgenommen weil wie wir schon gesagt haben ich weiß nicht was in diesem Part oder im letzten ein Virenprogramm musste sich irgendwie updaten und so ein Scheiß für gar nichts es hat mir gesagt was ich wusste bist schon in der Wand in Ordnung ja ich bin in der Wand ja äh warte es geht noch weiter oder nein ich hab keinen das war es 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 ich komme meist und bei so in die luft sprengen so das war's jetzt aber